Hallo und herzlich willkommen zu Talk im Theater und zu Beginn unserer Serie, unserer neuen Talksendung haben wir uns direkt ein besonderes Thema ausgesucht, denn es sind im September die Oberbürgermeisterwahlen der Stadt Idar-Oberstein. Es ist eine Personenwahl, deswegen stellen wir auch alle drei Kandidaten kurz vor und einen Kandidaten haben wir jetzt hier, nämlich Frank Frühauf von der CDU. Hallo, schön, dass Sie teilgefunden haben. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Wir wollen versuchen, so ein bisschen jetzt möglichst neutral zu bestimmten Themen mal so die Positionen auszuleuchten und es so ein bisschen darzustellen, eben wie sich das hier in der Region darstellt, Ihrer Meinung nach, was es da so für Probleme gibt und für Lösungsansätze möglicherweise. Aber das Erste wäre mal so ein bisschen was Persönliches, denn es ist ja eine Personenwahl, das heißt, wir können uns ja ruhig auch mal ein bisschen mit Ihnen selbst beschäftigen. Die erste Frage, wie sind Sie denn überhaupt zur Politik gekommen? Ja, das ist eine ganz kurze Geschichte eigentlich. Ich bin ja Unternehmer gewesen, jahrelang und war sehr aktiv im Verband der Wirtschaftsjunioren auf Landesebene, auf Bundesebene, aber auch auf Weltebene. Und irgendwann wurde die CDU auf mich aufmerksam und hat mich gefragt, und zwar mein Vorgänger im Amt, der Peter Simon, Frank, hast du nicht Interesse, dich mal auf die Liste des Stadtrates und des Kreistages draufsetzen zu lassen? Da habe ich gesagt, ja okay, können wir gerne mal machen, setzt mich irgendwo drauf und hatte durch die Bekanntheit, durch das Unternehmen, aber auch durch meine Tätigkeiten bei den Wirtschaftsjunioren, habe ich es beim ersten Mal direkt mit einem sehr guten Ergebnis geschafft, in den Stadtrat und den Kreistag zu kommen. Konnte dort aktiv bei Dingen mitarbeiten, das war 1999 gewesen und dann war mein Vorgänger oder der Vorgänger Oberbürgermeister, der Hans-Jürgen Machwirt, musste ja altersbedingt aufhören und in der Zeit kam die Partei auf mich zu, als Neuling, eigentlich hat gesagt, ob ich es mir vorstellen könnte, das erste Mal 2006 zu kandidieren für Oberbürgermeister und habe das auch angenommen und verhältnismäßig ein sehr gutes Ergebnis, mit meinen 42,6 Prozent waren es gewesen, erreicht. Und dann hat meine Partei mich natürlich vorgeschlagen, wie die Wahl nicht zu meinen Gunsten ausging für das Amt des Bürgermeisters, was ich jetzt sechs Jahre inne habe, in einem ganz neuen Ressort für mich und das war halt eben Schule, Kindertagesstätten, Senioren, war ein ganz neues Thema für mich, eine Herausforderung und hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, dann dort reinzuschnuppern und viele Dinge zu bewegen, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Sie haben gesagt, Sie waren Unternehmer, das wäre jetzt sowieso meine nächste Frage gewesen, was Sie denn jetzt vorher gemacht haben, vielleicht können Sie da noch ein bisschen was dann einfach zu sagen. Ja, ich war Unternehmer, ich habe also 1998 mich mit zwei Unternehmen selbstständig gemacht, einmal die Frühauf-Tanken-Rast-GmbH in Weyerbach, wo aus Familientradition jede Generation eine Tankstelle gebaut hat und da hatte ich 50 Prozent Anteile gehabt und war gesellschaftlicher Geschäftsführer gewesen und gleichzeitig noch die Frühauf-Letius-Grundstücksverwaltungs-GmbH, die Immobilien wie McDonalds zum Beispiel an Unternehmen vermietet und das langfristig, diese beiden Firmen habe ich 1998 gegründet. Okay, und jetzt vom Namen her würde ich ja sagen, jetzt sind bei der Frühauf-Letius-GmbH beide Teile in der Politik gelandet, oder ist das falsch? Es sind beide Teile in der Politik gelandet, das Unternehmen besteht immer noch, wo ich auch immer noch Anteile dran habe, aber beide Teile sind in der Politik gelandet und halt unsere Mutter, die auch dort drin ist. Sie haben schon gesagt, Sie sind so ein bisschen durch das Engagement bei den Wirtschaftsjunioren da auch reingestolpert in die Politik, sage ich jetzt mal. Was würden Sie sagen, was ist denn Ihr Engagement jetzt außerhalb der Politik, was machen Sie denn sonst gerne? Was ich sonst gerne mache? Also ich gehe unheimlich gerne spazieren, versuche viel Zeit mit der Familie zu verbringen, was manchmal sehr schwierig ist, aber da haben wir eigentlich auch eine ganz gute Lösung. Meine Frau begleitet mich sehr oft auf Veranstaltungen und Familie ist mir sehr wichtig. Und in dem Bereich spazieren, schwimmen, aber auch mal wegfahren, in Urlaub, andere Kulturen kennenzulernen und natürlich auch immer neue Ideen mitzubringen nach Idar-Oberstein. Aber da kommen wir bestimmt später noch drauf, was man in anderen Städten in Deutschland gibt. Man muss nicht das Rad immer neu erfinden, sondern es gibt Ideen, die kann man übertragen. Man muss es dann nur wirklich ehrgeizig durchsetzen und dann auch für die Zukunft das Bestmögliche zu gestalten für die Stadt. Sie haben gesagt, Ihr Ressort war für Sie jetzt auch neu. Was würden Sie sagen, hat sich denn dann in den letzten sechs Jahren entwickelt dort? Ja, ich habe im ersten Jahr angefangen, einen Schulentwicklungsplan auf die Beine zu stellen. Und wir hatten zehn Grundschulen gehabt in der Stadt Idar-Oberstein. Und was mir immer wichtig war, was ich aber auch von dem Wirtschaftsministerium gekannt habe, immer überparteilich mit allen Parteien gemeinsam und offen über Dinge zu reden, auch schwierige Dinge anzusprechen. Und da habe ich mir zum Ziel gesetzt, weil ich gesehen habe, in der Schullandschaft funktioniert einiges nicht. Und heute haben wir ja sechs Grundschulen nur noch in der Stadt. Und diese Beschlüsse sind damals über alle Parteigrenzen einstimmig getroffen worden. Zum Wohle unserer Kinder. Es gibt heute keinen Unterrichtsausfall mehr in einem Grundschulbereich. Unsere Schulen sind alle nach gewissen Arten ausgerichtet. Am besten ist es halt die Strutschule im Moment, die am meisten nachgefragt wird, weil es ist eine von drei Schulen, die bilingual unterrichtet, Deutsch-Englisch, ab der ersten bis zur vierten Klasse. Andere haben sich auf Naturwissenschaften bestätigt. Es gibt größere Einheiten mit mehr Lehrern und dadurch auch keinen Schulausfall mehr. Und natürlich auch durchgesetzt gemeinsam, dass wirklich viel investiert worden ist in die Schulen. Und da besonders halt in den Bereichen in der Ausstattung, in dem Außengelände. Wir haben es geschafft, nach neun Jahren Kampf war es jetzt, hat mein Vorgänger schon angefangen, im letzten Dezember, dass auch die fünfte Schule, die neue Schule Ida, auch zur Ganztagsschule wurde. Und das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, auch in der Rhein-Pfalz. Also von unseren sechs Schulen sind fünf im Ganztagsbetrieb. Und da bin ich also unheimlich stolz darauf, dass wir das wirklich durchgesetzt haben. Und am Anfang gegen große Widerstände, aber das ist halt eben auch für das, was ich stehe. Ich stecke auch mal die Schläge ein, wenn es von außen kommt. Und fühle mich natürlich auch sehr gut danach, wenn die Leute sagen, es war genau der richtige Weg. Aber sowas geht halt eben auch immer nur gemeinsam. Das passt jetzt eigentlich ganz gut zum nächsten Thema, nämlich dem demografischen Wandel. Ich meine, das Problem ist im Prinzip bekannt. Die Bevölkerung wird immer älter, statistisch gesehen. Es kommen auch weniger Kinder zur Welt. Und die Kinder, die dann zur Welt kommen, die hauen, flapsig gesagt, irgendwann ab auf der Suche nach Jobs, Studium und so weiter. Und dann entvölkert sich die Region. Wie das weitergehen könnte, sieht man zum Beispiel in Frankreich oder auch in Ostdeutschland teilweise, wo es dann so Geisterdörfer und Geisterstädte gibt, wo noch ein, zwei Fenster beleuchtet sind. Und ansonsten vielleicht nichts mehr. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber kann man das auch für Idar-Oberstein so sagen, stirbt Idar-Oberstein aus? Nein. Ganz klar ist nein, sondern Idar-Oberstein ist ein Mittelzentrum im Landkreis Birkenfeld. Was Sie ansprechen, ist auf jeden Fall der Fall, auch in den umliegenden Ortsgemeinden, teilweise Dörfern. Idar-Oberstein hat aber eine sehr gute Infrastruktur. Und diese Infrastruktur, wir haben hier alles vorhanden, das heißt, alle weiterführenden Schulen. Wir haben hier noch einen regelmäßigen Nahverkehr mit Bus. Wir haben ein tolles Krankenhaus hier. Wir haben alle Institutionen hier in Idar-Oberstein angesiedelt. Was wir teilweise verstärkt merken, ist, wir haben auch den Rückgang, gar keine Frage. Aber dass Leute auch aus dem Umland nach Idar-Oberstein ziehen, weil hier Sachen fußläufig erreichbar sind. Wir haben hier, ob das das Frauenhaus ist, die AGE ist, das Jobcenter ist, die Arbeitsagentur, die Tafel, Diakonische Werk, Caritas, ist alles hier verankert. Und das ist eigentlich ein Plus für Idar-Oberstein, dass junge Leute abwandern, gebe ich Ihnen auch recht. Aber teilweise wissen viele Leute auch nicht, was alles unsere Region zu bieten hat und welches Potenzial in unserer Stadt noch steckt. Und das ist eigentlich auch so eine Aufgabe, die ich mir gesetzt habe, die Unternehmen genauso wie Schüler näher zu versetzen. Dass sie wirklich zusammenwachsen und dort einfach eine Einheit bilden, dass jeder weiß eigentlich, was bietet unsere Region. Da gibt es ein gutes Beispiel in Bad Kreuznacht, das heißt Jobzone. Das würde ich gerne auch übertragen hier. Ich habe es letzte Woche der Handwerkskammer vorgestellt, wo jedes Unternehmen die Möglichkeit hat, sich zu präsentieren. Auf der einen Seite und auch darzulegen, was man alles bei dem Unternehmen lernen oder studieren kann auch. Duales Studium anbieten. Und diese Hefte, die entstehen sollen, sollen alle Schulabgänger, egal welche Stufe, ob das Realschule Plus, IGS, Gymnasium ist, vorher zur Hand bekommen und dort einfach sehen können, auf einen Blick, was bietet unsere Region, was bietet Ida-Oberstein und das Umland für uns junge Menschen. Was kann man hier alles lernen, um wirklich gezielter nochmal hier in der Region zu bleiben und dafür auch Werbung zu machen. Das heißt, ein Punkt ist auf jeden Fall zu sagen, Jugendliche können hier bleiben, weil es eigentlich durchaus Jobs und Ausbildungsplätze, zum Beispiel auch duale Studiengänge gibt. Da gibt es jetzt natürlich noch eine andere Seite. Es sind ja dann eben nicht nur Jugendliche. Man möchte ja vielleicht auch die Region mit Menschen bevölkern, die vielleicht hier hinziehen. Wie kann man Ida-Oberstein da attraktiver machen oder ist das vielleicht gar nicht nötig? Nein, das ist auf jeden Fall nötig, weil ich denke mir, es steckt sehr viel Potenzial noch bei uns. Und ich sehe es manchmal wirklich, wenn ich mit Leuten von außerhalb rede, dieses Wir-Gefühl, Wir Ida-Oberstein muss noch mehr gestärkt werden. Und wir haben eine ganz tolle Region hier und es geht vielen älteren Leuten so, die heute in Großstädten leben, dass sie teilweise die Mieten nicht mehr bezahlen können oder auch sehr gute Preise erzielen können, wenn sie ihr Haus oder ihre Wohnung verkaufen. Und das gibt es jetzt schon ein paar Mal, wo ich es mitbekommen habe, wo Leute nach Ida-Oberstein gezogen sind, weil die Bekannte in Saarbrücken haben und Bekannte jetzt in Mainz Frankfurter Raum haben, verkaufen in Frankfurt ihre Wohnung, sind im Ruhestand, ziehen hierher nach Ida-Oberstein, können sich hier für kleineres Geld ein Haus kaufen und für den Rest noch sehr viel in Urlaub fahren. Das ist doch schon mal ein Benefit, sage ich mal. Was immer wieder kritisiert wird und es fällt ja auch praktischerweise in ihr Ressort im Moment, sind Angebote für Jugendliche, was jetzt den Freizeit-, den kulturellen Bereich angeht. Ist das so? Ist das ein Problem? Ich sehe es gar nicht als Problem. Ich weiß nicht, was dort immer gesagt wird, wenn man sich die Homepage der Stadt mal anschaut. Oder unsere Jugendarbeit im Jam in Ida, das wir vor Jahren eröffnet haben, was eine ganz tolle Einrichtung ist, wo junge Menschen sich in ihren Ferien bereit erklärt haben, wir helfen, das erst einmal aufzubauen, dort heute an Aktionen läuft, egal ob das die Skater-Community ist, ob das die Musiker-Initiative ist, für kleine Bands eine Bühne zu geben, die kommen mittlerweile aus ganz Deutschland. Dann unser Kinderferienprogramm ist das größte eigentlich in Rheinland-Pfalz mit 126 verschiedenen Veranstaltungen, mit Kooperationspartnern, mit den Vereinen, wo die Leute einfach gemeinsam was bewegen. Und die Woche hat es noch in der Zeitung auch drin gestanden, wie toll es angenommen wird. Wir haben eine Auslastung über 90 Prozent, was eigentlich hervorragend ist. Und darauf müssen wir weiter aufbauen. Und das Umland kriegt es auch im Moment mit. Und wir bekommen da immer mehr Anfragen, ob wir für das Umland ebenfalls was gestalten können. Und das ist eigentlich auch unsere Aufgabe als Mittelzentrum im Landkreis Birkenfeld. Okay, das heißt, das Gredo so ein bisschen, ich fasse jetzt mal zusammen zum Thema demografischer Wandel. Es gibt bereits ein großes Angebot, aber es ist nicht vielleicht jedem bekannt oder wird möglicherweise ignoriert. Das ist eine passende Überleitung tatsächlich zum nächsten Thema. Da geht es um Wirtschaft. Und auch da hat man manchmal das Gefühl, dass dieser Punkt ganz gerne ignoriert wird. Da würde ich gerne Ihre Meinung mal dazu wissen. Denn hin und wieder, wenn man so jetzt mit Menschen meinen Alters redet, bekommt man so die Aussage, in jeder Oberstein gibt es keine Industrie, keine Wirtschaft. Würden Sie das teilen? Absolut gar nicht. Und da kommen wir jetzt ja eigentlich in mein früheres Leben mit rein als Unternehmer. Wir haben hier eine hervorragende Wirtschaft. Es wird nur manchmal viel zu wenig darüber geredet, wenn man allein nur mal unsere Industriegebiete teilweise sieht, am Kreuz jetzt, dort arbeiten bis zu 2.000, 3.000 Menschen. Wir liefern weltweit verschiedene Automobilteile. Wir haben eine ganz tolle Struktur aufgebaut von einigen Unternehmen. Deswegen darf ich ja keinen Namen nennen im Moment, weil das ja Werbung wäre. Aber was dort alles produziert wird, das Problem ist ebenfalls, ich nenne einfach mal ein Beispiel. Es gab ein Unternehmen, der hatte sich vergrößert und brauchte eine spezielle Bodenversiegelung, Beschichtung. Und da gibt es auch Firmen in der Oberstein, die machen das. Das hat erst mal lange gedauert, bis die beiden sich gefunden haben. Und dann brauchte man für diese Bodenbeschichtung spezielle Schleifscheiben, um diese Qualität herzustellen. Und da hat er den Unternehmer angerufen, es würde sich verzögern, weil seine Schleifscheiben bekommt er aus Amerika, von einer anderen Firma. Und die hätten die Lieferung noch nicht bekommen. Und im Endeffekt kam eigentlich raus, dass die Firma, für die er gearbeitet hat, diese Schleifscheiben für Amerika hergestellt hat. Und die eine wusste von dem anderen nicht. Und da müssen die Netzwerke noch enger gezogen werden. Es müssen mehr Unternehmen, Stammtische kommen, dass einer weiß, was der andere tut. Und das andere ist genauso auch logistisch besser aufzustellen. Weil es gibt heute viele Firmen, die gar nicht wissen, dass sie an den gleichen andere Firmen liefern. Und jeder fährt jede Woche noch mit seinem eigenen Fahrzeug dorthin. Könnte man vielleicht noch optimieren. Und dadurch für jeden noch etwas günstiger in dem Moment produzieren. Ob jetzt ein Laster hinfährt mit etwas mehr Teilen oder ob jetzt fünf Laster hinfahren, ist schon ein großer Unterschied. Und da ist noch einiges an Potenzial da. Man muss es nur wecken und auch dann zielstrebig umsetzen. Das heißt, die nächste Frage nach einem Konzept für die Zukunft hat sich da fast schon beantwortet. Gibt es noch was da hinzuzufügen? Ja, noch mehrere Sachen. Ja, bitte. Weil voller Ideen, was mir steckt. Und das sind auch so Dinge, was mir aufgefallen ist, was brauchen wir noch hier in der Region. Zum Beispiel würde ich gerne eine Art Bürgermesse, wo alle Institutionen, Vereine die Möglichkeit bekommen, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Und wir als Stadt, Kommune Rahmenbedingungen schaffen und sagen, hier habt ihr eine Halle. Hier könnt ihr euch präsentieren. Ob das ein Sportverein ist, ein kulturtreibender Verein ist, ob das nahe TV ist. Alle auf einen Schlag sich präsentieren, um das Ehrenamt noch mehr zu stärken. Und dort den Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, was bietet unsere Region alles. Wir haben 70 sporttreibende Vereine in der Region, wir haben Idar-Oberstein. Wir haben 30 kulturtreibende Vereine in Idar-Oberstein. Und jeder sucht halt händeringend auch nach Nachwuchs, weil demografischer Wandel ist da. Wir haben immer weniger junge Menschen, die auch die Zeit dazu haben, sich zu engagieren. Und das müssen wir noch mehr fördern und auch noch mehr stärken. Also das ist eine Sache. Das andere wäre für mich auch eine ganz besondere Sache, diese Unternehmen zu vernetzen. Dass es eine Art, wie soll man es nennen, Rat gibt. Einen Rat von Unternehmern und Persönlichkeiten aus der Region, die einen gewissen Topf haben und darüber mitentscheiden können, was mit diesem Geld passiert in der Region. Und sich da einbringen können, wie eine Art Stiftung, um halt die Heimatkultur mehr rauszustellen, um Aktionen mitzuplanen, mitzufinanzieren. Aber dass die Unternehmer und diese Persönlichkeiten, die vielleicht schon im Ruhestand sind aus der Region, gemeinsam dort sitzen und losgelöst sagen, wir bringen unsere Region weiter in die Zukunft. Das sind Ideen. Und einige Unternehmen sind auch immer bereit, Sachen zu unterstützen und auch finanziell zu unterstützen. Aber sie wollen auch die Mitentscheidungsgewalt haben für die Zukunft, was mit dem Geld auch passiert. Würden Sie das jetzt dann auf die Stadt eng beziehen oder hat es auch natürlich, also ich meine, der Kreis Birkenfeld insgesamt hat natürlich ja auch diese Problematiken und auf Kreisebene gibt es ja jetzt Initiativen, die gerade zu diesem letzten Thema, was diesen Rat angeht. Das muss man differenziert betrachten. Ich denke, es ist wichtig, der Landkreis Birkenfeld muss meiner Ansicht nach wachsen. Und er hat nur die Möglichkeit zu wachsen, wenn er eine starke Stadt, die der Oberstein hat. Und dann bestehen alle Türen und Tore offen, für in die Zukunft zu gehen. Aber dafür muss es eine ganz starke Stadt, die der Oberstein geben, auch für den Landkreis Birkenfeld. Aber ich glaube, das ist dem Landkreis auch bewusst. Ja, ein weiteres Thema, was jetzt zum Beispiel, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, im Industriegebiet am Kreuz immer mal wieder aufkommen, sind natürlich Infrastrukturfragen. Und zwar, da geht es sowohl um echte Autobahnen als auch um Datenautobahnen. Wie kann man das noch ein bisschen fördern, dass es da keine Flaschenhälse mehr gibt? Ja, da sind wir dran im Moment schon. Es laufen Gespräche mit OEE, genauso wie mit anderen Firmen. Also OEE wird im Moment ein Glaskabelnetz, kommt über Dickesbach und Gewerbegebiet, Dickesbacher Weg, kommt ein Datenkabelnetz runter. Das ist in der Planung im Moment. Und das soll auch dann weiter durchgeführt werden in das Industriegebiet. Aber es gibt dort auch noch andere Probleme. Das betrifft teilweise die Gasversorgung, teilweise auch die Stromversorgung, weil die Unternehmen so massiv gewachsen sind und heute, was heute so moderne Maschinen von den großen Anbietern dort wirklich an Strom verbrauchen. Das ist auch ein Punkt, das auf meiner Agenda steht, dass man das noch intensiver, weil es muss heute eigentlich gewährleistet sein, auch bei einem Mittelzentrum Idar-Oberstein, dass jedes Unternehmen, aber auch jeder Bürgerin und Bürger die Möglichkeit hat, auf schnelles Internet. Und da würde ich mich auf jeden Fall massivst einsetzen dafür, alles, was es an EU, Bundes- oder Landesprogrammen gibt, zu akquirieren und dort das zu ermöglichen. Und das für jeden Bürger. Nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für jeden Bürger. Weil mir geht es selbst so, in Götschi sogar in einer Straße, dass ich selbst mit einer 1.500er Leitung klarkommen muss. Im Moment bietet mir ein Anbieter, ich glaube die 6.000er Leitung an, aber 3.000 kämen nur rüber. Aber das ist bei dem heutigen Datenvolumen fast nicht möglich. Und das ist für unseren Raum exerziell wichtig. Da gehört einmal die Infrastruktur, wie Autobahn, vierspuriger Ausbau der BN40, die Hunsrückspange dazu. Aber was noch viel wichtiger ist, ist diese Datenautobahn. Und da werde ich mich mit allen Mitteln einsetzen dafür. Ja, im Marketing spricht man ja ganz gerne immer von USPs, von Unique Selling Points. Die Stati der Oberstein hat ja, kann man ja so ein bisschen sagen, ein Unique Selling Point, was jetzt die Edelsteine angeht. Sollte man das auch weiter fördern irgendwie? Kann man das überhaupt fördern oder sind da die Unternehmen sowieso auf sich selber gestellt? Nein, also ich denke mal, man muss das Ganze als Paket sehen. Und deswegen sage ich ja immer, es geht nur gemeinsam. Wir haben mehrere Highlights in der Stati der Oberstein. Ganz klar, weltweit bekannt, sehe ich immer überall. Es gibt manche Länder, wo ich auch selbst bereist habe, und ich war, glaube ich, fast in allen Ländern auf der Welt gewesen, kennen viele Ida-Oberstein. Manche kennen Rheinland-Pfalz nicht, Deutschland kennen sie, aber Rheinland-Pfalz ist eigentlich unsan. Aber Ida-Oberstein durch die Schmuckindustrie ist sehr bekannt. Und dieses Fund muss man nutzen, weil es gibt heute sehr viele, und ich war zuletzt in Bad Kreuznacht, habe ich alte Bekannte der Wirtschafts-Signoren aus Japan getroffen, die im Moment auf Europatour sind und teilweise auch sich in Unternehmen einkaufen, wo wirklich heute den Standort Deutschland wieder hervorheben. Und diese Leute muss man einladen, hier auch mal das traditionelle Spießbraten essen, um die Vorzüge der Region zu zeigen. Und das sind Investoren, die auch Geld mitbringen. Eine Shopping-Tour der etwas anderen Stadt, kann man sagen. Genau, das ist es. Was jetzt eine Sache ist, die man immer wieder so im Bürgergespräch, sage ich mal, hört, ist eine Problematik, die jetzt vielleicht weniger die Stadt insgesamt, als mehr jetzt die Verwaltung und den Rat betrifft. Nämlich, dass man vorwirft, dass bestimmte Projekte sehr, sehr lange sich ziehen oder es da zu keiner Einigung kommt. Also böse Zungen behaupten, dass das schöne Gebäude, in dem wir hier sitzen, eines der wenigen Bauprojekte der Stadt Ida-Oberstein ist, das gelungen ist. Ich würde es jetzt nicht so drastisch sagen, aber woran liegt es, dass sich jetzt auch zum Beispiel Dinge wie die Schwimmbad-Diskussion so lange hinziehen, ohne dann oder ohne lange zu einem konkreten Ergebnis zu kommen? Also ich meine, man hat ja dann auch zum Beispiel Planungskosten, Gutachten, für den Gesamtwert man fast wahrscheinlich schon ein kleines Schwimmbad bauen könnte. Wie kommt es dazu und was kann man dagegen machen? Also es ist ganz einfach. Ich denke mir, diese Transparenz, diese Bürgernähe, die Leute mit einbeziehen, ist meiner Ansicht nach der Schlüssel zum Erfolg in solchen Fällen. Man muss die Leute vorher mit einbinden, für gewisse Aktionen begeistern, im Vorfeld informieren. Und da müssen wir noch an uns arbeiten, dass wir das noch transparenter machen, noch bürgernah machen. Weil dann ist eigentlich der Erfolg, und das sind wir uns alle mit allen Parteien eigentlich einig, mit denen ich auch gesprochen habe, dass man wirklich einfach offener über Dinge, auch Probleme reden muss, die wir haben, die wir von Aufsichtsbehörden bekommen und das noch transparenter auch der Bürgerschaft machen. Und dann geschlossen und gemeinschaftlich kriegen wir solche Dinge schneller umgesetzt. Und wenn ich die Planungskosten selbst sehe, Sie haben es angesprochen, wir haben von 600.000 Euro damals geredet, von Planungskosten, und das war teilweise noch vor meiner Zeit, auch wo ich im Stadtrat war, das ist eine Zeit, die einfach zu lange ist. Man hätte vorher sagen müssen, das und das ist möglich, das und das geht. Die Entscheidungen, die damals getroffen worden sind, baut man erst ein Bad, wie Sie gerade angesprochen haben, in Tiefenstein, da fangen wir erst mit dem Kombibad an, ist auch eine Entscheidung, die ist damals getroffen worden. Zum Wohle, es war meiner Ansicht nach damals die falsche. Damals war es die richtige, irgendwo gewesen, weil ein gewisser Betrag von 500.000 Euro im Raum gestanden hat. Im Nachhinein hätte man es anders da machen sollen. Und da muss man diese Fehler auch zugeben und muss sagen können, wir hätten es damals anders da anpacken müssen. Und daraus für die Zukunft auch lernen und die Bürger früher und intensiver mit einbeziehen. Okay, also Bürgerbeteiligung auch als wichtiges Thema. Ja, absolut. Transparenz und dass die Bürger auch wissen, von was geredet wird. Man muss die, ich sage immer, das zweite Programm, Zahlen, Daten, Fakten, auf den Tisch legen. Und dass jeder das auch einsehen kann. Da kann man über gewisse Dinge diskutieren oder Ideen mit einbringen. Und egal, von wem es kommt, solange es den Bürgerinnen und Bürgern hier in der Region gut tut, muss man es eigentlich unterstützen. Das ist ein schönes Schlusswort zum Thema Wirtschaft. Wir gehen noch ein bisschen weiter zu einem anderen Thema, wo sicherlich auch Bürgerbeteiligung ganz wichtig ist. Es geht mir jetzt noch ein bisschen um den Tourismus und ganz konkret auch um den Nationalpark, der jetzt ja in Planung ist und der ja auch definitiv kommt. Idar-Oberstein ist jetzt ja nun nicht direkt Gebiet im Nationalpark, aber ein Anrainer kann man sagen. Sollte man das jetzt deswegen dann als Stadt ignorieren oder gibt es auch da Möglichkeiten, sich einzubringen? Also in dem Moment muss ich Ihnen direkt widersprechen. Wir sind kein Anrainer, sondern ich sehe Idar-Oberstein als eins der Tore zum Nationalpark. Und es ist für unsere Region eine riesengroße Chance, weil wir haben die Infrastruktur, wo ich vorhin schon mal angesprochen habe. Wir haben hier eine Bahnverbindung. Wir haben hier Busse, die in alle Richtungen des Landkreises funktionieren. Und eigentlich müssen wir eins der Tore werden, dass die Leute hier ankommen können, teilweise in Busse oder durch die Stadt gehen können und mit Bussen dann zum Nationalpark. Und für mich, ich sehe es als riesengroße Chance. Und ich bin froh, dass wir diese Chance nutzen und auch da wirklich in dieser Gemeinschaft mit drin sind und jetzt am Kämpfen sind, dass wir auch, obwohl wir nicht direkt dran liegen, eins der Tore zum Nationalpark werden. Es wird mehrere geben, ich glaube fünf oder sechs Stück, aber eins muss ganz definitiv heißen Idar-Oberstein. Und wie kann das realisiert werden? Indem wir uns also einbringen mit unserer Infrastruktur und massivst auch bei den Ministerien werben dafür, dass wir dieses Tor werden. Es gibt viele, die sich da dranhängen wollen, aber diese Infrastruktur mit einer Bahnstrecke, mit den Busverbindungen, die in alle Richtungen gehen, ob das mit der VEO ist, in gewisse Bereiche jetzt der Stadt reinzugehen oder mit dem RNN, haben wir alle Möglichkeiten. Und die müssen wir ausschöpfen, weil bei uns auch die Leute zum Beispiel aus dem bekannten Saarland hierher kommen, in einem dortigen Ferienpark, die mittlerweile Idar-Oberstein auch entdecken. Das sind viele Leute aus den Benelux-Ländern und die gerne in so einem Nationalpark nutzen. Und wenn die dann mit dem Zug direkt von diesem Park nach Idar-Oberstein kommen können, hier in Busse umsteigen und weiter zum Nationalpark fahren und vorher noch in der Stadt shoppen gehen, da hätten wir eine ganz tolle Sache erreicht. Etwas genereller betrachtet Tourismus im Allgemeinen in Idar-Oberstein, ein Mitarbeiter des Deutschen Edelstein-Museums sagte mal, naja, wenn das gleiche Museum in Berlin stehen würde, dann hätten wir viel, viel mehr Zulauf. Es steht aber in Idar-Oberstein. Das heißt, es liegt jetzt nicht unbedingt vielleicht an der Qualität des Angebots, aber irgendwie scheint trotzdem jetzt Idar-Oberstein und die Region bisher als Tourismusstandort noch nicht den Riesenhype erfahren zu haben, wie das vielleicht mit anderen naturnahen Gebieten, sage ich jetzt mal, wie dem Bayerischen Wald der Fall ist. Wie ist das zu bewerten? Kann man da noch was machen? Eine ganz wichtige, wir haben ja eigentlich sehr viel Alleinstellungsmerkmal durch unsere Meerenmuseum, die wir haben, durch auch die Weiherschleife, Stein-Kaulen-Berwerk. Und diese Dinge müssen mehr auch in diesem potenziellen Kundenstamm, das heißt für mich die Benelux-Länder, Belgien, Niederlande, noch mehr beworben werden, weil diese Touristen zieht es ungemein. Und wir haben es hier beim Edelstein-Goldschmiedemarkt gesehen, was für Autos hier waren, aus welchen Regionen. Teilweise kamen sie nur für den Ausflug, den Markt hier zu besuchen. Teilweise aus Belgien, aus den Niederlanden, weil es waren sehr viele Niederländer, sehr viele Belgier in der Stadt gewesen. Und dieses Potenzial muss man noch weiter ausschöpfen und gemeinschaftlich. Und da abliere ich immer, obwohl es manchmal überall etwas Befindlichkeiten gibt, aber wir kriegen das nur gemeinschaftlich hin, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Gut, ein wunderbares Fazit. Und ich danke auch für das Interview, dass Sie Zeit für uns gehabt haben. Ja, die anderen beiden Kandidaten haben wir natürlich auch im Interview. Und wenn Sie das noch mal nachschauen wollen, dann schauen Sie einfach auf unserer Website vorbei, www.ok-nahtv.de. In unserer Mediathek finden Sie dann alle Beiträge noch mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.